So dann der Bastelzeit und heute noch mal wieder ein altes Messgerät vor der Nase. Das hier, das ist ein Philips PM3240, offensichtlich ein analoges Oszilloskop und wenn man so dem Netz glaubt, dann stammt dieses Modell etwa von 1975. Das Ding hat zwei Kanäle, kann bis zu 50 MHz darstellen. Sicher, gegen moderne DSOs kommt das nicht an. Die haben deutlich höhere Frequenzen und ein Signalspeicher macht in vielen Situationen halt auch das Leben leichter. Aber so ein analog Oszi, das kann auch relativ viele Messungen noch machen und hat natürlich seinen ganz besonderen Charme. Wer dem Kanal hier schon ein bisschen länger folgt, dem wird das Design eventuell bekannt vorkommen. Ja, ich habe hier schon länger ein PM3233 rumstehen. Das ist quasi der kleine Bruder. Der hat nur 10 MHz, deutlich weniger Funktionen, entsprechend hier bei dem auch deutlich mehr Knöpfe. Unter anderem der hier, sehr interessanter Multi-Turn-Pod. Der hat so zwei Ringe, da könnte man wahrscheinlich den ganzen Tag mitspielen und Spaß haben. Aber zurück zum Thema. Das Ding hier, das war in Benutzung und wurde dann so zum Multifunktionsgerät. Im Sinne von, es war Rauchmaschine ein Sicherungstestgerät in einem. Klingt eher kaputt. Ja, Rauchzichensicherung, das sind alles keine ungewöhnlichen Fehler für so alte Geräte. Es ist eine relativ bekannter Fehlerart. In vielen Fällen sind da die Kondensatoren schuld. Zum einen gibt es Elektrolytkondensatoren, die können mit der Zeit austrocknen. Wenn es austrocknet, erhöht sich der SR, also der interne Widerstand sozusagen. Wenn man die dann pulsend belastet, z.B. durch eine pulsierende Gleichspannung in einem Schaltnetzteil für Steckdosenstrom, dann können die durch diesen höheren Widerstand anfangen, sich aufzuheizen und irgendwann sind sie halt mehr oder weniger am Kochen und Platzen. Anderer guter Kandidat sind Folienkondensatoren. Die sind eigentlich recht zuverlässig, aber gerade ältere Modelle haben da ein Problem, wenn die lange ausgeschaltet in der Ecke rumstehen. Dann kann sich da Feuchtigkeit im Material sammeln. Normalerweise ist das nicht so ein Problem, weil sobald man es wieder einschaltet, wird es ein bisschen warm, die Feuchtigkeit geht raus. Wenn es lange aus ist, naja, wird immer mehr Feuchtigkeit. Wenn man es dann nach langer Standzeit wieder einschaltet, dann fängt irgendwie das Wasser da drin an zu kochen, könnte man sagen, und sprengt das ganze Ding einfach in die Luft. Recht berüchtigter Hersteller, das ist der Rifa und vom Alter her würde mich das auch nicht wundern, wenn wir gleich davon hier welche drin finden werden, die eventuell sogar die Ursache sind. Lange rumstehen würde mich auch ehrlich gesagt nicht wundern. Auf der Rückseite, da sind so ein paar Prüfetiketten von Kalibrierungen und so. Das Ding wurde jährlich kalibriert bis 1983. Ich glaube, das Ding steht schon wirklich länger. Also zumindest ist es nicht mehr im täglichen Produktionsbetrieb. Ob es natürlich irgendeiner benutzt hat, kann ich so und dann nicht mehr feststellen. Am Ende haben wir aber einen relativ klaren Fall. Funktioniert nicht, also gehen wir mal auf Wählersuche. Und das mit großer Hilfe, denn bei so alten Geräten, da war Reparieren jetzt keine Ausnahme, sondern eher üblich und die Hersteller haben da sogar dran mitgedacht. Das heißt, in der Bedienungsanleitung, da gibt es irgendwie 150 Seiten und nicht nur Informationen, wann man welche Knöpfe drücken kann, sondern eben auch eine genaue Beschreibung, wie das Gerät intern aufgebaut ist, welche Bauteile wo verbaut sind und natürlich auch, wie man das Gerät öffnet und wie man den Fehler eingrenzen kann. Hätten doch nur alle Geräte so offiziell irgendwelche Anleitungen in der Form. Und wenn wir die schon haben, dann schauen wir doch direkt mal rein. Und zwar hier haben wir den Schaltplan von der Stromversorgung. Das heißt, wir gucken da einmal drüber und orakeln eine Runde, was es sein könnte. Links, da kommt der Strom rein, also sprich, da ist unser Stecker für die Steckdose. Geht dann über einen zweipoligen Ausschalter, eine 1,6 Ampere-Sicherung und dann in einen größeren Kasten namens Fi11801 oder so. Dieser Kasten ist auch ein bisschen weiter oben nochmal beschrieben. Das ist hier ein Mains-Filter, also ein Netzfilter. Netzfilter sind ein sehr guter Kandidat. Der Netzfilter, das ist in den meisten Fällen eine Kombination aus ein paar Spulen und eben den oben genannten Folienkondensatoren. Könnte passen. Dahinter, da kommt dann ein Widerstand und eine Spule. Das dürfte eigentlich nicht das Problem sein. Der C1804 hier, der liegt dann aber wieder direkt über die Netzteilspannung, also im Prinzip die gleichgerichtete Netzspannung. Der ist nicht polarisiert, dürfte also wieder ein weiterer Filmkondensator sein. Das ist also auch schon wieder verdächtig, auch von der Größe her. Dahinter, da haben wir dann schon einen Gleichrichter und sehr viel Transistor-Fu. Wir haben es hier also offensichtlich mit einem Schaltnetzteil zu tun. Hätte ich jetzt bei dem Alter noch nicht mal erwartet. Da hätte ich jetzt erwartet, dass da wirklich einfach nur ein großer Trafo sitzt. Aber nein, hier wird aktiv gesteuert. Da gibt es auch ein paar Verdachtsfälle, gerade wo große Werte wie hier der 220 Mikrofarad oder so sind oder die 2x40. Die können auch Probleme machen. Das sind dann aber Elektrolytkondensatoren. Wenn die kaputt gehen, das klingt üblicherweise anders als das, was ich gehört habe. Von daher gehe ich davon aus, dass das nicht das Problem ist. Selbst wenn sie kaputt gehen würden, würde ich jetzt eher davon ausgehen, dass die nicht so einen satten Kurzschluss machen, dass da am Ende tatsächlich die Sicherung fliegt, was hier halt auch passiert ist. Aber genug gerätselt. Gehen wir mal lieber dazu über, hier Fakten zu schaffen, indem wir selber messen. Auch hier würde uns das Papier helfen, wenn man vorher das Ding gelesen hätte. Im Service-Manuel ist nämlich genau beschrieben, wie man was zerlegen kann. Ich hatte nicht gelesen, sondern einfach das Ding zerlegt, einfach um einen Blick über alle Boards zu machen. Das ist ohnehin nicht verkehrt. Wer weiß, was da noch so an Federn schlummert. Zum Öffnen, da geht man hier an diese vier Schrauben im Deckel und dreht die gegen den Uhrzeigersinn und zwar nur so etwa eine Runde, nicht ganz rausschrauben. Das sind nämlich solche Haken und nicht klassische Schrauben, die irgendwo reingehen in Gewinde. Wenn man das gemacht hat, kann man den Deckel abnehmen und dann hier einen Blick ins Gerät werfen. Wichtig wie immer, im Gerät können auch nach dem Ziehen des Netzstellen Steckers noch gefährliche Spannungen herrschen. Gerade hier so Geräte, die noch eine Bildröhre haben. Da können mehrere tausend bis zehntausend Volt an einigen Stellen drin sein. Da sollte man also sehr genau wissen, was man tut. You have been warned. Finger weg, wenn ihr selber nicht genügend Wissen über dieses Thema habt. Wie wir jetzt sehen können, ist das alles sehr modular aufgebaut. Wir haben rechts die Bildröhre, oben irgendwas mit vielen Sicherungen, vermutlich irgendwas um die Spannung zu verteilen, aber wir sehen keine größeren Transistoren, also wahrscheinlich nicht unser Netzteil. Dann ein großes Board, was wahrscheinlich irgendwie zur Ansteuerung sein soll. Unten noch mal was zum Steuern und die beiden Boards. Das scheinen unsere beiden Eingänge zu sein, die halt erst mal gleich sind im sogenannten Frontend. Nicht dabei haben wir irgendwas, was nach Netzfilter aussieht. Das, was wir hier haben, ist also offensichtlich eher so die Seite für Signalzeugs. Wo eine Seite ist, da haben wir auch eine zweite. Also wenn wir das Ding mal rumdrehen, dann können wir auch die anderen Boards sehen und ganz so bin ich da auch noch nicht von überzeugt. Wir haben auch hier nur erst mal oben und in der Mitte ein großes Board, was aber auch jetzt eher nach Ansteuerung aussieht. Oben der Metallkasten, oben rechts, wenn man da im Service Manual mal nachguckt, das ist eine sogenannte Delay Line. Vereinfacht gesagt ist das ein extrem langes Kabel, was da in dem Kasten steckt. Mit einem einfachen Grund, wenn wir ein Signal haben und das in den Kasten reingeben, muss das Signal ja erst mal durch das ganze Kabel, bevor es an der anderen Seite wieder rauskommt und dadurch können wir Signal verzögern. Heute macht man das eher digital. Damals hat man einfach, ja vereinfacht gesagt, ein langes Kabel benutzt. Ja ansonsten im vorderen Bereich da haben wir noch ein paar Schalter, noch ein bisschen Kleinkram, aber alles nichts, was nach Netzteil aussieht. Also sind wir auch hier falsch. Trotzdem natürlich alles schön anzusehen, gerade wenn man dann mal ein bisschen genauer hinguckt. Wir haben hier zum Beispiel diese ganzen Transistoren, die noch mit eigenen Sockeln da drin sind, um die Beinchen zu halten. Wir haben natürlich den einen oder anderen Botch, wie hier zum Beispiel einen Kondensator drüber, wahrscheinlich um die Spannungsversorgung ein bisschen da zu machen. Wir haben teilweise so Kannentransistoren, die den eigenen kleinen Mini-Heatsink bekommen haben, einfach um die Hitze abzuführen. Und auch an anderen Stellen, wenn wir zum Beispiel unten reingucken, diese ganzen Kabelstränge, die sind alle fein säuberlich nochmal mit Draht umwickelt. Wir haben teilweise sehr, sehr lange Schalter, die von vorne ins Gerät gehen, um da Dinge umzuschalten. Oder sogar, wir haben vorne einen Drehregler für, eigentlich für die Helligkeit oder die Helligkeit von der Hintergrundbeleuchtung, aber der ist gleichzeitig ein Ausschalter. Der ist an der Vorderseite. Geht aber einmal, wenn wir ins Gerät reingucken, durch das komplette Gerät durch, und wenn wir hier so ein bisschen dazwischen gucken, seht ihr da diese Welle? Ja, die dreht sich. Das ist tatsächlich das Ding. Und das Ding geht bis zur Rückwand, wo dann der eigentliche Netzschalter sitzt. Also ihr seht, da ist eine Menge Technik drin, Dinge, die man heute anders lösen würde. Aber wie man sieht, damals hat man sich nicht so vor der Mechanik gefürchtet, hat es im Zweifel eingebaut und offensichtlich halt auch so robust gebaut, dass auch jetzt immer noch bis auf halt wahrscheinlich ein Kondensator alles funktioniert. Denn, wie gesagt, es war ja in Benutzung, als das Ding ausgestiegen ist und war da einwandfrei am Laufen. Aber wir suchen ja immer noch unser Netzteil. Das muss also irgendwo dazwischen sein. Das Geheimnis, das sehen wir auf der Rückseite. Denn diese Rückwand, die hat links und rechts eine Schraube. Da geht man einmal hin, dreht die raus, kann das wegnehmen. Und dann sind wir auch schon an einer etwas sinnvolleren Stelle. Und wenn wir jetzt hier mal ganz schnell durchgehen, wir haben das Netzkabel, das geht rein, geht da in eine Sicherung und neben dem Block mit der Sicherung, da ist dieses Ding hier. Ja, ein Metallkasten. Das sieht mir sehr nach Netzfilter aus. Und, jup, sieht so aus, als ob der etwas unglücklich ist. Die Spuren an der Innenseite von der Rückwand, die scheinen das auch zu bestätigen. Da ist irgendwas kaputt gegangen, wenn wir näher rangehen. Oh, da ist ein Loch. Ich denke nicht, dass das da hingehört. Also Fehler vermutlich gefunden. Der Netzfilter hier, der sieht kaputt aus. Eigentlich sind diese Netzfilter nur dazu da, Störungen zurückzuhalten. Das heißt also zum einen dafür zu sorgen, dass Störungen, die im Stromnetz drin sind, das heißt also zum Beispiel Signale von irgendwelchen Leuten, die denken, dass Powerlar eine gute Idee wäre oder sowas, dass die nicht in unser Gerät reingehen und uns die Messung versauen. Und andererseits auch die andere Richtung. Dinge, die in unserem Gerät erzeugt werden, irgendwelche Zwischenfrequenzen oder zum Beispiel die ganze Ansteuerung von der Bildröhre, dass diese Signale nicht ins Stromnetz zurückgehen und dann andere stören würden. Rein technisch gesehen könnte man den einfach rausschneiden, kurz schließen und das Gerät würde weiterlaufen. Stören wir das aber nicht. Wie gesagt, kriegen wir im Zweifelsfall Störungen rein oder stören andere. Das muss natürlich nicht sein. Apropos nicht schön. Während der Ausgang gesteckt ist von diesem Ding, ist die Eingangsleitung dummerweise direkt mit dem Sicherungshalter verlötet. Ein Ausbau ist also etwas nerviger, als das notwendig wäre. Aber naja, die zwei Sachen ablöten, Schraube raus, womit das Ding fest war und dann passt das schon. Dummerweise ist noch was anderes schwer, nämlich Ersatz. Es gibt ein Modul, welches nahezu baugleich ist, dieselben Werte hat, dieselbe Baugröße hat und sich da wahrscheinlich sauber reinschrauben ließe. Leider ist das mehr oder weniger unoptanium. Ich habe es lediglich bei einem Händler gefunden und der Händler, der liefert dummerweise nur an Bestandskunden. Bin ich draußen? Habe ich nicht. Glücklicherweise ist diese Tasche im Gehäuse relativ groß, wo das eingebaut war. Ich habe mal so ein anderes Modul mit ähnlichen Werten geholt. Hält ein bisschen mehr aus, sollte aber die Filterwirkung auf jeden Fall haben. Und ja, das sollte im Zweifelsfall hier akzeptabel sein, zumindest so lange, wie ich noch keinen Händler gefunden habe für das passende Bauteil. Ich habe also so ein Modul mir hier aus der Kiste gekramt. Und wie gesagt, das sollte von den Werten her passen. Wir kriegen allerdings so ein paar Herausforderungen. Zum einen, das Ding hier hat halt kein Gehäuse außen rum. Das ist ein bisschen ungünstig, wenn der komplette Rest vom OZ aus Metall besteht. Denn wenn die Lötstellen halt das Metallgehäuse berühren würden, dann hätten wir wieder Feuerwerk. Hatten wir eben schon, muss nicht nochmal sein. Lösung hier, einfach ein bisschen dicker Schrumpfschlauch dran dran. Das passt dann schon erstmal, dann ist das Ding isoliert. Zweites Problem, der alte Netzfilter, der hatte zwei Kabel, die reingehen und zwei Kabel, die rausgehen. Das passt erstmal nicht ganz zu dem, was der macht. Denn so ein Netzfilter, der hat üblicherweise auch Kondensatoren gegen Erde, eben um diese Störsignale ableiten zu können. Aber wir hatten ja jetzt keine Erde. Naja, der alte Netzfilter, der hat sein eigenes Metallgehäuse und damit dann auch das Metallgehäuse vom OZ als Erdverbindung genutzt. Der Neue hat das nicht. Der hat einen Kabelanschluss. Das heißt also, wir müssen noch ein Kabel legen. Ich bin jetzt erstmal hingegangen und habe das Kabel mit einem Kabelschuh und einer Zahnscheibe dann in die alte Schraube da reingemacht. Das sollte erstmal ausreichen. Haben eine saubere Verbindung, haben eine Erde und es ist auf jeden Fall nicht schlechter als vorher. Der war da ja auch dran. Und nun? Ja, ich sagte ja schon, Sicherung war kaputt. Können wir die wechseln und dann passt das ja, oder? Ja, wenn man das macht, das sieht erstmal gut aus. Es gibt keinen Knall, es gibt keinen Rauch. Dafür gibt es aber einen Trace. Also offensichtlich Reparaturerfolgreich, oder? Ja, fast. Na, ich sagte ja schon, ich habe da zwei Kondensatoren im Verdacht. Nämlich den Netzfilter und den dahinter. Den Netzfilter haben wir schon getauscht. Der dahinter dürfte genauso alt sein, mit ähnlicher Fertigungsart. Also vielleicht sollte man den auch vorsichtshalber mal tauschen. Ja, und wenn wir eh schon mal drin sind, können wir dann halt auch mal gucken. Dazu müssen wir einmal an die Netzteilplatine. Das ist leider nicht ganz so einfach, wie es aussieht. Wenn wir von der Rückseite gucken, haben wir ja einfach zwei Schrauben. Da können wir rausdrehen und dann können wir theoretisch das Netzteil rausziehen. Dummerweise sind da ein paar höhere Bauteile drauf und die verkanten sich. Das heißt, man kann so etwa zu einem Drittel rausziehen. Den Rest, wenn man den raus haben will, muss man erst das halbe andere Oszilloskop zerlegen. Jedenfalls habe ich keine Möglichkeit gefunden. Vielleicht gibt es da noch irgendwie einen Trick, den ich überlesen habe. Aber hier so ging es nur ein Drittel raus. Und drauf gucken, viel haben wir nicht. Ein paar Spuren, ein paar Trafos und Riefer. Ja, nein. Das Risiko müssen wir definitiv nicht eingehen. Also den Riefer, den tauschen wir aus. Glücklicherweise ist das eher ein Standardding. X-Kondensator 220 Nano Verrat bei 250 Volt. Die Dinger sind relativ verbreitet. Die werden zum Beispiel heute immer noch teilweise eingesetzt, zum Beispiel als Netzteilkondensator oder sowas. Also in Kondensatornetzteilen. Ist also sehr schnell und sehr einfach zu bekommen. Ich habe davon auch hier ein paar in der Kiste liegen. Also tauschen wir den schnell. Das, was ich habe, hält ein bisschen mehr Spannung aus. Vielleicht jetzt nicht verkehrt. Ist ein bisschen kleiner von der Bauform. Aber durch die langen Beinchen ist das kein Problem. Das biegen wir uns einfach zurecht. Und ja, so spärlich wie die Platine bestückt ist von diesem Netzteil, da sehe ich da auch keine Gefahr, dass da irgendwas so rumwackelt und dann andere Dinge berührt. Das passt schon. Eigentlich wäre es auch noch sinnvoll gewesen, die Elkos zu tauschen. Aber ganz ehrlich, auf den ersten Blick, ich habe mal so ein paar stichprobenartig gemessen. Die Werte sahen soweit okay aus. Und ja, angesichts der Anzahl und der Sache, dass ich das Ding ohne den Rest vom OZI zu zerlegen nicht rausbekomme. Ich glaube, die halten bestimmt noch ein bisschen. Das lassen wir jetzt so. Ja, dass das funktioniert, haben wir ja schon gesehen. Das heißt, machen wir jetzt noch rückwärts. Alles wieder zusammengebaut und tada. Wir haben wieder ein funktionierendes Oszilloskop. Und ja, wie gesagt, das Ding ist jetzt vielleicht nicht ganz so funktionsreich wie ein neues Oszilloskop mit digitalem Speicher und so weiter. Aber analoge OZIs haben halt auch eine Menge Sachen, die sie können. Insbesondere hier das. Das ist halt ein relativ mächtiges Oszilloskop für Analogverhältnisse. Einfach dadurch, dass wir 50 Megahertz haben. Wir haben 5 Millivolt als Per Division, als Anzeigeeinheit also auch relativ gut für kleine Spannungen geeignet. Und durch diesen Delay Trigger und solche Sachen kann man da auch durchaus auf so ein paar Signale triggern, die man mit einem normalen Analog-OZI nicht hinbekommen würde. Und eine Sache, wofür Analog-OZIs natürlich ganz toll geeignet sind, was ich hier auch schon mal gezeigt habe, das sind solche Kunstprojekte, sage ich mal. Ja, ich hatte noch mal meine alte Software ausgegraben, um auf der Soundkarte Bilder malen zu können für XY. Wenn euch das interessiert, ist unten noch mal verlinkt, wenn ihr das nutzen wollt. Und wie man hier sehen kann, der Kollege hat da mal das Doom-Logo nachgebaut. Eigentlich wäre es jetzt mal dringend nötig, irgendwie einen Frame-Buffer-Treiber zu schreiben, um dann wirklich Doom da drauf live zu rendern. Aber fürs Erste reicht es mehr, wenn das Ding jetzt hier wieder funktioniert. Es ist jetzt wieder in einem Zustand, wo man, wenn man Fragen hat, mal eine Messung machen kann. Das ist soweit okay und damit reicht das auch für mich jetzt. Denn ich würde sagen, ich bin ganz zufrieden, war nicht viel zu machen, paar Kondensatoren tauschen. Aber dafür darf hier das Ding, was jetzt wahrscheinlich schon langsam an seinen 50 Jahren kratzt, wieder weiterleben und das tun, was es soll. Ja. Ja. Untertitelung des ZDF, 2020